Heute wollen die alle von überall die ganze Welt erreichen, was früher nicht möglich war. Und die Leute haben ein bisschen ruhiger gelebt, auch feiner. Heute ist alles hektisch geworden. Und das ist jetzt der Feu, das Tal, hinten das Skigebiet, das ist der Ortler, der größte Berg von den Zentralalpen. Hinten ist das Skigebiet, das Schlieberjoch und der Rest davon ist das Schlüsseljoch. Da hinten sind auch noch alles, heute sieht man es jetzt noch nicht, später sieht man es vielleicht auch Schafe. Aber so früher hat man gesagt, die Konkurrenz oder wie man das so nennt, der ist da drüben. Und da schauen wir schon mal rüber und der zu meiner Seite rüber und dann tut man sich da mit dem Handy jetzt verständlich. Da ist Österreich gewesen und da waren die Fronten im Krieg. Da hinten haben wir auch einen Bunker, da gehen wir jetzt einfach vorbei. Aber die Geschichte, die tust du lieber von jemand anders erzählen lassen, mir ist das nie reingegangen. Politik und so ist von mir nicht mein Lieblingsgebiet. Ich kann das so groß geschildern, aber das andere interessiert mich nicht. Ich bin in der Welt rumgekommen und da habe ich lieber andere Sachen gehabt und habe immer gut aufgenommen worden. Ich schlafe bei den Schafen gar nicht, weil wir nicht in der Herde hüten. Also mein Arbeitstag fängt nachts an, beim Sonnenaufgang oder beim Tag an muss ich bei den Schafen sein. Das wäre so das Richtige. Und je nachdem hat man früher fertig oder später. Es geht mal von zwei, drei Stunden bis neun, zehn, vierzehn, sechzehn Stunden, hängt immer davon ab. Ja, weil jetzt ist noch eine gefährliche Zeit, wenn das Mutterschaf oben die Kleine auf die Welt bringt, dann gibt es große Probleme. Weil jetzt ist der Adler, jetzt ist der Bachgeier, jetzt ist der Fuchs. Wolf und Bär haben wir auch schon da gehabt, gerissen hat der jetzt bis jetzt noch den Bär. Und der Berggrabe, das ist der größte Gegner. Da erreichen die kleinen Tiere nicht mal den Boden, da haben sie schon die Augen raus. Die Becken, also die warten da und becken denen schon die Augen raus und dann sind die ausgesetzt. Also muss man früh aufstehen. Also wenig Disco. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten zu leben. Die meisten Schafe kriege ich noch erst am 1. Mai, 1., 2., 3., 5. Mai. Und von der All weg geht es jetzt das erste Mal, jetzt die zweite Woche in September. Die Mutter, die geträchtigen Muttertiere, die nachher zu Hause ihre Lammen zur Welt bringen. Und der Ende ist dann die erste Woche im Oktober. Und was ich nicht finde, die muss ich suchen gehen. Es ist alles, weiß man nicht immer hundertprozentig, also wenn ein einziges fehlt oder so, dann ist das verändert. Das nimmt der Berg, sagt man bei uns. Ist so mal, ja. Und da sind sie auch glücklich, wenn sie wieder zurückkommen oder mit der kleinen Lampe. Da strahlt der ganze Bau alles mit. Ist ganz nett zu beobachten.